Hallo, äh, seid ihr schon da? Ah, äh, ich bin noch gar nicht vorbereitet, ich bin nackt gerade. Ähm, ich muss mich noch schnell umziehen und meinen Text holen. Könnt ihr noch so lange warten? Ich komme gleich, ich bin ganz nervös, ganz nervös. Äh, passt auf, jetzt kommt es gleich, oh mein Gott, jetzt kommt es gleich, passt auf, passt auf. Always being on the bright side of life. Äh, 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 always being on the bright side of life. Äh, 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 liebe Freunde, Zuschauer, Abonnenten und Hater da draußen, vorm PC, Handy, Lepto und die Fahano. Danke für 500 Abonnenten, danke für dein Vertrauen, danke für deine Treue und danke für die Weißwurst. Äh, ich meine Unterhaltung, äh, Unterstützung natürlich, mein Gott. Äh, ähm, ja. Ja, um was geht's jetzt heute? Erstens, äh, 500 Abonnenten-Special, das seid's ja ihr, gell, das seid's ihr. Und da ich jetzt halt euch nicht alle zusammen reinpressen kann, versuche ich, mich auszuziehen. Ganz einfach nackert zu machen. Weil es ist ja auch so heiß, gell, es ist ja so heiß und da muss man sich ausziehen. Und da kam ja auch diese Idee. Und die Abonnentenzahl, die steigt, die steigt, die steigt, die steigt, die steigt, die steigt, die steigt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich es doch tun. Für eventuelle, ähm, Schreie. Oder, dass die Mädels umfallen wie die Flühen. Oder eventuelle Kinderwünsche. Nämlich keine Haftung, gell. Nur weil es ja mein Nacktserz. Und wer schwache Nerven hat, der sollte lieber dann woanders hingehen. Ja. Ja. Der nachfolgende Punkt ist jetzt bei mir meine Reaktion auf 500 Abonnenten. Das ist ein Video. Ähm, die meisten explodieren verfreit. Ja, die nehmen dann so einen Stuhl oder einen Baseballschläger und schlagen alles kurz und klein. Ja, bei mir ist das ein bisschen anders wahrscheinlich. Danach folgt natürlich ein Bademantelstrip. Geht, da mache ich mich nackert. Das wird spannend. Mei, da habe ich schon was vorbereitet. Mei, das wird lustig. Schauen wir mal. Und ja, zum Schluss würde ich halt mal sagen, wird, ah, noch eine Frage wird beantwortet vom Buggy. Er hat ja mal gefragt, was sind denn lachende Bauchmuskulatur? Das werden wir dann sehen. Gell? Dann ist deine Frage bestimmt auch beantwortet. Und am Schluss kommen Danksagungen. Und das war's dann schon wieder. Der Kass ist gegessen. Butter ist weich. Das Bier ist warm. Viel Spaß mit dem 500sten Abonnenten-Special. Geht, das war's dann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020